Der Ort der letzten Ruhe soll ein Ort der Begegnung der Lebenden mit Erinnerungen sein. Der Ruheforst Strausberg ist ein besonderer Friedhof. Ein Ruheforst vermittelt den Menschen das gute Gefühl, in die Natur aufgenommen zu werden. Eingerahmt von Ahornbäumen, am Fuß immer ästhetischer 120-jähriger Eichern und Buchen, findet ein geliebter Mensch im Ruheforst Strausberg seinen letzten Platz. Gelegen am Rande der Märkischen Schweiz, im Naturschutzgebiet Langedammwiesen, nahe der Stadt Strausberg. Abseits der Betriebsamkeit des Alltags, mit Blick auf den Herrensee. Ein Ort der Ruhe und Harmonie. Für die Hinterbliebenen und ihre Gedanken bietet dieser Ruheforst Raum und Zeit. Der Ruheforst Strausberg. Ruhe finden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!